Baa, ba, 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 ba Aloha meine Lieben und willkommen zur Episode 8 von Penumbra. Ah, Overture, präsentiert von Celan, a.k.a. Queen Nurdidala. Wir sind im neuen Bereich, letztens, äh, in der, äh, letztens, letztens, weißt du? In der, ähm, vorherigen Folge, previously on Queen Nurdidala's Penumbra, haben wir uns den Weg freigesprengt. Jetzt sind wir in einem neuen Bereich. Wir können auch nicht zurück. Ich bin jetzt mal mutig und laufe mit meinem Glowstick hier durch die, äh, 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 was ist das für ein pulsierendes Geräusch? Ach du Scheiße. Ich befürchte, wir sind hier auch wieder nicht allein. Ich weiß nicht, ob... Die Geräusche hier unten sind so fremdartig verglichen mit all dem, was ich je in meinem Leben gehört habe. Das Geräusch dieser herunterfallenden Steine klang beinahe organisch. Wer soll so schnell lesen können? Who the fuck? Wenn ich das für mich lese vielleicht, aber doch nicht, wenn ich das vorlese. Es tut mir wirklich leid. Ihr werdet auf jeden Fall mehr Infos haben als ich. Weil ihr Pause machen könnt. Ach so. Oh Gott, es geht noch weiter. Weitere Bereiche. Ich, ähm... Ich weiß nicht, ob ich mich erstmal hier umschauen soll. Ach du Scheiße, ey. Ja, also hier werde ich mich auf jeden Fall verlaufen, ne? Ich gehe erstmal hier weiter. Nee, ich gehe erstmal durch die Tür. Weil, äh... Ich... Keine Ahnung. Wir werden doch überall, äh... Noch hin müssen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich gehe mal wieder in... Was ist das? Hier muss es doch irgendeine Art von Notstromsystem geben. Ich glaube, das hier ist ein Teil davon. Mhm, alles klar. Kann ich das hier nehmen? Ey, Leute. Ich weiß nicht, ob ich die Kisten hier kaputt kloppen soll oder nicht. Oh. Okay. Oh, mir geht's echt gar nicht gut. Was ist hier? Was ist das? Oh Gott, ich kann hier durch. Ah, da ist eine Leiter. Ah, war da was? Oh, ich bin total paranoid. Die Wände dieses Lochs haben nicht die gleiche Struktur wie die der anderen Schächte. Schaut aus wie von Hand gegraben. Aber weshalb? Ach, du Scheiße. Warte mal, ich mach mal eben... Oh Gott. Oh nein, ey. Da müssen wir bestimmt auch noch hin. Oh, was ist das? Vom Aussehen her schätze ich, dass dieses Ding als Steuerung für den Generator dient. Ach, du Scheiße. Oh, erst mal... Nee, erst mal... Nee. Ach. Erst mal Batterien. Batterien. Und dann... Steelberg. Steelberg. Generator Typ 7G73. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Geräts aus der Typ 7 Produktreihe. Wir sind uns sicher, dass Sie mit dem neuen benzinbetriebenen Notfallsystem zufrieden sein werden. Nachfolgend möchten wir Ihnen einige der Besonderheiten des Steelberg Generators Typ 7G präsentieren. Verschleißreduzierung durch Ersetzen des Kurbelmotors durch eine batteriebetriebene Einheit. Verringerung des Austritts von Schmiermitteln dank neuem Schmiermittelkontrollsystem. Geringe Anschaffungskosten durch Reduzierung der elektrischen Isolierung beim 7G-Basismodell. Und vieles, vieles mehr. Schnellstartanleitung. Okay, das werden wir gleich brauchen, schätze ich mal, weil wir das Ding wahrscheinlich starten müssen. Stellen Sie sicher, dass sich in der Umgebung des Steelberg Generators Typ 7G für den Fall einer Überhitzung keine weiteren Gegenstände oder Personen befinden. Okay, da müssen wir also weg davon. Dann richten Sie den sekundären Kreislauf durch Drehen des Ventils ein. Aktivieren Sie das Kühlsystem, um einer Überhitzung vorzubeugen. Lassen Sie so lange überschüssigen Dampf ab, bis die Druckanzeige einen sicheren Betrieb der Anlage anzeigt. Kontrollieren Sie den Schmiermittelstand und stellen Sie sicher, dass kein Schmiermittel austreten kann. Was? Richten Sie den primären Kreislauf durch Drehen des Hauptventils ein. Noch ein paar Schritte? Betätigen Sie den Hauptschalter. Überprüfen Sie den Energieausstoß. Ihr neuer Generator ist nun in Betrieb. Ja klar, es ist okay. Ich speichere mal eben. Or not. Fühlt sich an, als würde ich für kürzeste Zeit meinen Körper verlassen. Aber nicht wie eine Nahtoderfahrung, eher wie ein Teleport an einen anderen Ort. Was sind das bloß für Dinger? Alright, wir haben jetzt schon mal gespeichert. Ich werde... Was ist das? Auf der Seite ist ein Betriebssymbol abgebildet, aber die Kiste ist zugeschweißt. Ohne eine spezielle Apparatur bekomme ich die Kiste sicher nicht auf. Kann ich die da runterschmeißen? Geht die dann auf? Oder geht das dann kaputt? Was das... Ne, kann ich nicht. Ne. Okay, das geht schon mal nicht. Dachte ich jetzt. Wäre schön gewesen. Ach du liebes bisschen. Achso, das sind die verschiedenen Schritte. Oh Gott. Was soll das denn hier alles heißen? Ja, wir sind ja noch nicht so weit. Wir gucken erstmal... Was ist das? Eine Art Schutzglas, denke ich. Ich frage mich, wovor man geschützt werden soll. Oh Gott. Ja, vor... Stand doch da, oder? Man darf nicht in der Nähe sein. Dieses Ding ist gigantisch. Obwohl der Generator schon recht alt ist, muss er um die 3,5 Megawatt erzeugen können. Grob geschätzt. Damit lassen sich einige Glühbirnen betreiben. So viel ist sicher. Grob geschätzt. Ich hätte das auch so grob geschätzt. Okay, das ist der Hauptschalter. Den können wir auch noch nicht betätigen. Aber wir können uns das angucken. Ein Hebel. Ob ich ihn betätigen soll, um herauszufinden, was passiert? Welche Versuchung? Nö, nö. Das ist der Hauptschalter. Das haben wir ja schon gelesen. Das ist, glaube ich, Schritt 7. Wenn mich nicht alles täuscht. Eine Art... Okay, das hatten wir schon. Kann ich das kaputt machen? Alter! Nö. Geht nicht. Doch, geht doch. Ich geh wieder mal runter. Kann ich da runter gehen? Oder falle ich da... Ach, nee. Das muss ich auch kaputt machen. Wie kann ich... Nee, ich falle da runter. Ich kann das, glaube ich, nicht machen. Ach so, Moment. Erstmal die Spitzhacke wieder weg. Doch. Oh Gott. Oh. Oh Gott, da wird es ja mit Schuggel. Da kann ich gar nicht hingucken. Da kriege ich ja Kreise vor in den Augen. Hilfe! Was mache ich hier? Oh. Oh Gott. Hört ihr das Flüstern? Was ist denn hier? Hä? Boah, das Flüstern war ja widerlich. Das ist ja so, wie so eine geisterbesessene... Ich muss das wahrscheinlich... Kann ich den... Ich probiere jetzt nochmal die... Kann ich da auch schneller hoch? Nein. Die Kiste runter zu schmeißen. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwas kaputt mache. Aber wir haben ja gerade gespeichert und dann werde ich halt neu anfangen können. Ich probiere das jetzt einfach mal. Why not? Jetzt muss ich nochmal runter. Wenn es jetzt kaputt ist, obwohl, dann hätten wir wahrscheinlich schon einen neuen Speicherpunkt gekriegt, oder? Oder muss ich dann manuell speichern? Wir schauen einfach mal. Nö, hier ist nix. Scheiße, oder? Ah! Da! Ersatzbatterie! Cool! Hat's funktioniert? Oh, okay. Wo kommt die denn wo rein? Ist das wohl alles hier in dem Raum, oder muss ich... Ich muss wahrscheinlich noch einiges rumsuchen, oder? Wo könnte denn diese Batterie reinkommen? Hier. Wo hab ich sie? Ersatzb... Ne, hab ich nicht. Doch, da. Auf die sieben. Zack, sieben. Okay, die Batterie ist angeschlossen. Der Startmotor scheint einsatzbereit zu sein. Dann wollen wir mal. Oh, dann wollen wir mal. Vom Aussehen her schätze ich, dass dieses Ding als Steuerung für den Generator dient. Dann wollen wir mal... Ja. Was? Moment mal. Was ist das denn nochmal? Notizbuch. Notizen. Betriebsanleitung. Verschleißreduzierung durch... Moment. Vieles mehr. Bla. Eins. Stellen Sie sicher, dass sich in der Umgebung des Steelberg Generators Typ 7G keine Überhitzung, keine Gegenstände oder Personen befinden. Moment. Das gucken wir jetzt erstmal. Ich muss jetzt hier leider Step by Step machen. Keine Gegenstände. Steht hier irgendwas? Keine Gegenstände. Ja. Die Schläuche kann ich ja nicht wegmachen. Nein. Nein. Ich glaube, das galt nur als Warnung für uns. Alright. Das haben wir. Dann... Richten Sie den sekundären Kreislauf durch Drehen des Ventils ein. Aktivieren Sie das Kühlsystem. Das wird... Das wird... Das wird... Äh... Der... Ähm... Moment. Den sekundären Kreislauf. Ich... Was könnte hier... Das ist eins. Das sieht aus wie zwei, ne? Zwei. Dann Kühlsystem. Was könnte Kühl... Scheiße. Das hier. Okay. Weiter. Aktivieren Sie... Hab ich. Lassen Sie so lange überschüssigen Dampf ab, bis die Druckanzeige einen sicheren Betrieb anzeigt. Dampf ablassen. Ja. Wo denn? Was ist das hier? Dampf ablassen. Oder mache ich das woanders? Moment mal. Sorry, Leute. Sorry, sorry, sorry. Warte mal. Das sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich muss jetzt... Das wird jetzt ein wildes Hin und Her-Gedingse. Okay. Das haben wir. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Alles klar. Das sind also dann diese Dinger. Dann lesen wir mal weiter. Überschüssigen Dampf ab, Druckanzeige. Dann kontrollieren Sie den Schmiermittelstand und dann richten Sie den Primär... Okay. Also Dampf ab, würde ich mal das hier sagen. Keine Ahnung. Das sieht mir aus wie Dampf ablassen. Wo kann ich das jetzt kontrollieren? Und dann Schmiermittelstand... Ja, weiß ich doch nicht, ey. Ich mach das mal. Das sieht auch aus wie Dampf, aber... Und jetzt primären Dingens? Passiert aber gar nichts. Scheiße. Ich geh mal da hin. Und jetzt den Hauptschalter. ein Wunder, dass der Generator überhaupt noch einen Mux von sich gibt. Nach all den Jahren. Ich sollte... Ey, was? Irgendwas stimmt nicht mit dem Startmotor. Ich muss ihn reparieren. Oh. Okay, das war also falsch, ja. Was kann ich denn hier machen? Moment mal, kann ich hier... Gleich ist das Ding kaputt und fliegt mir oben in den Ohren. Ich seh's schon kommen. Nö. Passiert nix. Ich glaub, das ist keine gute Idee, was ich hier gerade mache. Also war das falsch, die Reihenfolge? Scheiße, wo soll ich das denn wissen, Mann? Da war ja klar, Blindes herum... Ja. Geil. Alles wieder von vorne. Okay, erstmal die zwei. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Ach, das ist scheiße. Nö. Hä? Und jetzt? Rost mag tatsächlich das Einzige sein, das hier überlebt hat. Warte mal. Was hab ich denn hier noch? Feuerzeug? Das bringt gar nix. Also ich kann jetzt hier auch nix mehr machen. Das war, glaube ich, gerade schon richtig irgendwie. Moment, ich drehe das mal wieder zurück. Das drehe ich auch mal wieder zurück. Das ist aber knifflig, Mann. Irgendwas stimmt nicht mit dem Startmotor. Ich muss ihn reparieren. Aber wie denn? Wie denn? Nee, da unten. Okay, ich konnte ja hier... Ich kriege ja hier eine Hand. Kriege ich noch irgendwo eine Hand? Oh, warum mach ich das denn? Ach, bitte. Was soll das denn? Ja, das war jetzt dumm. Ja, dann... Ich wollte den Hammer haben. Ich weiß nicht... Ja, das ist... So repariere ich Sachen, Leute. Waschmaschine ist kaputt. Ich hole den Hammer. Klopp so lange drauf ein. Ich denke halt, dass sich hier gleich was löst oder so. Weißt du? Weil der... Weißt du? Weil der hängt. Aber das... Null. Hm. Aber die bewegt sich auch so ein bisschen, diese Kurbelwelle oder was auch immer das ist. Scheiße. Startmotor reparieren. Sind die vielleicht irgendwelche Verkabelungen nicht richtig? Ich lauf mal den Schläuchen hinterher. Aber nee, dann hätte der ja jetzt kein Signal gekriegt. Moment, ich muss mal den Hammer wieder wegpacken. Kann ich hier etwas tun? Nee. Scheiße, Mann. Moment, ich brauche mal eben hier Taschenlampe. Das Kabel. Ich speichere nochmal eben. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Ja, ich mich auch nicht. So. Tja. Tja, 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 tja. Ich gucke nochmal ganz kurz in der Betriebsanleitung. Ähm, nee. Notizen. Ähm. Richten Sie primären Kreislochdurchdrehendes Hauptventils ein. Betätigen Sie den Hauptschal... Überprüfen Sie den Energieausstoß. Wie kann ich denn den Energieausstoß mal am besten überprüfen? Habe ich etwas, was mir dabei helfen könnte? Ich glaube nicht. Ach ja. Ich schaue mich hier mal ein bisschen weiter um. Ähm, ich mache hier mal einen Cut. Meine Lieben. Und, äh, falls ich hier in dem Raum nichts finde, dann gehen wir zusammen natürlich in den anderen Raum und, oder in den anderen Raum. Einfach raus hier und gucken mal, ob wir irgendwas finden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.